Mit Grashupfer also Schnabel herausragend. Also bestimmt fünf Zentimeter lang Steffi. Eine kleine Zikade praktisch. Ein Teil hat er am Schnabel noch verschwunden. Ich weiß es nicht, dass man es vom Video her erkennen kann. Es ist an der Dachkenne oben. Er füttert die Jungspatzen im Spatzenhaus und hofft mit seinen Rufen, dass sie rauskommen. Also die Lokrufe sind schon da. Aber noch kommen sie nicht raus. Jetzt ist es auf dem Liebstöckel direkt drunter. Jetzt ist es rein. Er hat den Grashupfer abgegeben. Ich habe alles drauf. Faszinierend. Jetzt ist es rein.